Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Assassin's Creed Odyssey. Ja, dann wollen wir doch mal für den kommenden Kampf hier mal umschalten, ne? Hatte ich ja gesagt, mit diesen legendären Viechern immer. Dass wir da nicht irgendwelche allzu großen Schwierigkeiten haben. Ne. Und dann können wir auch gleich loslegen. Dauert nur ein bisschen. Bis er wieder geladen hat und so, ne? Aber es sollte eigentlich ganz schnell gehen. Weil ich meine, wir haben unseren Platz hier nicht geändert. Ne. Stehen ja immer noch da. Ach komm. Wirklich, der Ladebalken? Achso, okay. Wieso immer nach Norden? Da oben ist er. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Der weiße Löwe, es soll es sein. Ich will schon mal auf Explosion gehen. Ach, ich muss erst mal Pfeile nachmachen, ne? Ich will ja keine Schwierigkeiten haben. So, hier können wir auch. Dann hier. Hier. Und hier. Und wir sind vorbereitet. Hier. Wie. Wie. Der Bestien. Wow. Sieht aber auch krass aus, ne? Komm mal weg, da. Ich glaube, unser Dings litt schon schneller nach, ne? Ja, er ist halt ziemlich schnell. Okay. Okay. Nee, du! Was machst du denn da? Darf ich dich mal... Ach komm, nee. So nicht. Ich hab doch auf... Ich hab's auf einfacher gestellt. Nee, du! Nee, du! Okay. Soll ich öfter mal benutzen? Es scheint ne sehr gute Fähigkeit zu sein. Auch wenn wir dadurch alles verdonnern. Kommen wir ja so auf. Ich kann ich hier nicht gebrauchen. Nein, weg da, weg da, weg da. Äh... Jupp, jupp, jupp. Ah... Also... Nee. Okay. Äh... Einmal kurz das Feuer löschen. Einmal kurz heilen. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Weg! Okay. Ich hab dich gesehen. Ich weiß, wo er ist, ungefähr. Sie gesagt, es mir. Was? Oh. Oh. Okay, noch jemand. Toll. Ich bin mal weg. Ich bin mal so frei. Bleib nochmal. Einmal bitte ziehen. Nein! 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 Ich bin mal so frei. Ich nehm ... Oh toll! Dein rodel hier. Tut mir ja leid, aber ... Äh ... Kannst du mal bitte noch mal vernünftig ausweichen. Nein! Soll ich bitte noch mal nünftig ausweichen. Nein. Das sah gerade mit dem Ende cool aus. Was brauch ich jetzt? Ja. Komm, ausweichen bitte! Ausweichen bitte! Nein, bitte ausweichen! Kommst du mal bitte! Dankeschön. Ach, Mensch. Wo sind die anderen gefallen? Ich würde die gerne, bevor ich die nachproduziere. Eventuell. Die habe ich ja überall hier hingeschossen. Haben wir hier noch was drinne? Bevor wir gehen? Okay. Achso, ja. Natürlich. Ah, okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir finden aber die Pfeile auch nicht. Das ist, äh, passé. Okay. Dann, genau, einmal hier das Fell. Und... Nee, das war's nicht. Hier. Und hier. Nö. Hier. Hier. Gut, dann gehen wir einmal hier hin. Komm. Einmal späucheln. Nö. Und einmal zu der Option. Weil jetzt wollen wir das ja wieder umstellen. Genau. Das wollen wir einmal so, ne? Können wir nämlich dann gleich wieder weitermachen. Nö. Gucken wir mal. Sollte ja nicht lange dauern. Wie vorhin. Nö. Nö. Ah, ich will das gerne halt wieder umgestellt haben. Nur halt bei diesen legendären Kreaturen irgendwie, ja. Die sind mir sonst zu schwer. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. So. Nö. Das muss ja nie sein. Okay, einmal in die Richtung. Gibt ja nicht so viele davon. Die meisten Gegner mache ich ja so. Nö. Nur ich will halt auch die besseren Sachen dann bekommen. Wenn wir nicht gerade gegen so jemanden kämpfen, ne? Sondern gegen ganz normale. Nö. Okay. Da vorne ist wieder Holz. Oder vorne ist auch Holz. Ah. Leute. Riffi Holz auf einmal. Hier. Was? Bitte. Okay. Aha. Mhm. Klar. Wo denn noch? Zeig mal her. Da. Okay. Alle rein. In der Reihe. Nee, nee. Die will ich eigentlich nicht haben. Ach komm. Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Wie komme ich denn jetzt da ran? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Wie komme ich denn jetzt da ran? Ich bin jetzt da ran. Ja. Ja, ja. Ich bin jetzt da ran. Ja, ja. Ja. Das sagt man zu dir auch. Ja, ja. Keine Angst, Hades ist tot. Wollte ich mir mal gesagt haben. Ernsthaft, das ist tot. Ja. Ja, ich lebe immer noch. Ja, ich lebe immer noch. Danke. Ja, ich lebe einen Schmuck. Ich lebe mich nicht anders, manchmal ich kein Lebensmittel. AP, oder? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Wir haben ja die maximale Kapazität erreicht. Entschuldigung, dass ich gegen das Mikro gekommen bin. Liegt noch an der richtigen Stelle. Ach, wir sind wieder drüber. Gucken wir mal, ne? Ja, der verstärkte Wurschbeer, den hatten wir doch irgendwo. Irgendwo hatte ich den. Jetzt muss ich nur gucken, wo. Nö. Hä? Ich bin mir sicher, wir hatten hier einen verstärkten Wurschbeer. Hm. Oder auch nicht. Kann ja sein, dass ich den auf dem Schiff hab. Dann hab ich den wohl auf dem Schiff. Schade. Was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Schlangenbogen. Ah ja. Das war easy. Okay. Wenigstens etwas. Was haben wir hier? Helm des Orpheus. Da werden wir wohl nicht so viele von haben. Geh ich jetzt einfach mal von aus. Das war klar. Das haben wir hier. Da haben wir noch eine spartanische Armschiene. Sieht aus wie ein Fäustling. Ach da. Haben wir noch eine? Haben wir noch eine? Ah. Okay. Aber mindestens das. Ach so. Okay. Äh. Oberer Hüftriemen. Okay. Okay. Haben wir zwei. Und drei. Jot sei Dank. Sind wir wenigstens wieder drunter. Was haben wir hier für Schuhe? Griechische Sandalen. Also ich hab Sandalen anders in Erinnerung. Aber wenn die meinen. Weg sind sie. Nö. Ach hätte ich auch die hier weg machen können. Egal. War jetzt grad dämlich. Weil ich irgendwie grad im Kopf hatte. Die unteren werden lila. Ja. Ist jetzt auch egal. Oh. Ja. Na dann. Hoffe ich mal. Dass wir an Bord auch nochmal welche haben. Äh. Ja. Befreien wir mal die. Gleich. Die hätte ich das anscheinend nicht mitbekommen. Ja. Gleich. Bin ja schon da. Ehe. Hau ab. So. Du kannst gehen. Hier ist nichts mehr, ne? Gut. Ich glaub das gehört eh nicht dazu, ne? Ja. Das ist was anderes. Die Insel gehört zu was anderem. Ähm. Jetzt hab ich dich nicht mitgenommen. Bin einfach hier die Küste runter, ne? Gut. Dann ist das der nächste Ort. Können wir sogar hier schnell. Können wir noch nicht. Ich muss erstmal hier. Dankeschön. Erstmal hier raus. Ein paar Schritte laufen. Und dann können wir dahin, ne? Let's go. Let's go. Und darum hab ich auch noch was gesehen. Was mir sehr gefällt. Oder auch nicht. Ähm. Können wir wieder was synchronisieren, ha? Das, äh. Kann ja mal ein Spaß werden. Gucken wir mal. So weit er geladen hat, natürlich, ne? Kann sich nur noch um Stunden handeln. Stunden, sag ich. Oder Stunden. Naja. So lange dauert's auch nicht mehr. Es sei denn, der Balken will uns verarschen. Okay. So. Ach, hab ich schon. Hab ich schon markiert. Hä? Müsste ja eigentlich in der Richtung sein. Ach, da. Ah, Mensch, hier zwischen den Bäumen. Dass man mir das nicht vernünftig da oben auf dem Dings nochmal anzeigen kann, auf dem Kompass? Ich mein, mittlerweile müsste ich mich dran gewöhnt haben, aber... Naja. 200 Meter nah erwarte ich noch, dass das beim Kompass angezeigt wird. Ich erwarte generell eigentlich immer, dass das beim Kompass angezeigt wird, und dann werde ich immer ertäuscht. Äh, ich wollte gerade sagen, du konntest auch so hoch, der Hoch. Das sollte keine Schwierigkeit darstellen. Ach komm. Ernsthaft. Ein Baum. Cassandra, die Große, lässt sich vor einem Baum aufhalten. Ende. Lief gegen einen Baum. Ne? Oh. Das Lager ist ja schon da vorne. Ich glaub, der Baum hat mir die Sinne vernebelt. Okay. Ich hoffe, diesmal krieg ich auch wieder alles. Bitte. Ja, ja. Komm, mach endlich. Alles, was in der Nähe ist und mich aufhalten kann. Alle wieder umfallen. Dankeschön. Ich bin schon weg. Mehr wollte ich doch nicht. Ähm... Mache ich jetzt das oder geh ich erstmal hier hoch? Okay. Zur Höhle des Pan. Oh, ich lauf sogar in die richtige Richtung. Warte. Das nehm ich noch mit. Nein. Nein, nein, nein. Weg da. Ey, dich doch mal. Nur, weil ich noch mal zurückgerannt bin. Ei, 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 ei. Ich ruf gleich, äh, Vorboss. Mehr runter. Okay. Wenn man irgendwo eine Klippe runter springt, ist es das sicherste Mittel, um, äh, den Gegnern zu entkommen. Das zweit sicherste ist Vorboss. Ne. Genau. Weil wir einfach viel zu schnell sind. Okay. Und die meisten trauen sich halt nicht, die Klippe unterzusprengen. Die NPCs bleiben an Klippern stehen. Weil die haben halt Fallschaden. Im Gegensatz zu uns. Ne. Okay. Machen wir mal hier die Höhle. Ach, hier gibt's noch einen Schatz. Du bleibst hier, ne? Schätzchen. Äh, ach so. Hui. Okay. Das nehmen wir mal mit. Das kommt auch mit, weil es auf Augenhöhe ist. Wo ist denn der Schatz? Ich bin sofort davon ausgegangen, dass der hier in der Höhle sein muss. Da geht's nicht weiter, ne? Dass ich hier gleich reingerannt bin. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay. Hm. Ich mein, das heißt ja auch Höhle, das Paar. Ist das doch hier vorne? Ich guck mal. Ansonsten muss ich ihn gleich doch mal durch, äh, drüber fliegen lassen. Okay, ich lass ihn mal drüber fliegen. Hä? Hä? Das ist doch Heiligtum der Hera und ich... Die Höhle des Paaren. Also, ja. Ging's da doch weiter? Ging's da? Der? Oh. Okay. Ich mein, das schließe ich noch im Fragezeichen. Ist doch hier, ne? Okay, ich bin verwirrt. Ich bin jetzt richtig, richtig krass verwirrt. Gibt's hier doch noch einen Weg? Ich hab ihn übersehen. Hier irgendwie in der Wand oder so. Ich mach mal Feuer. Ach, da! Ich bin... Eieieiei. Okay, gut. Ja gut, das ist dann... Das hat sich dann erledigt. Ich hab mich schon gewundert, warum das Ding so klein ist. Ui! Du darfst dich gerne fallen lassen. Okay. Noch was? Ja. Weil alles mit ihm geht ja nicht. Ach. Okay. Das hätten wir, ne? Ach, hier geht's raus. Und das war die Höhle des Paans. Sehr schön. Ach, hier haben wir auch noch was. Kann das auch noch dazu? Ja, entscheidend, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Okay. Dann wollen wir mal. Also, ich erstmal hier, äh... Ach, kann ich auch auf den Rückweg. Hui! Ja, ich weiß. Will ich grad nicht. Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich will an Land. Dankeschön. Gut, dann einmal hier hoch. Du musst nicht sehen lassen. Ja, ja. Aber bis hierhin darfst du erstmal... Achso. Ich hab sonst was gedacht, was hier ist. So viel ist ja hier nicht los. Kannst du mal bitte? Ja, warum? Macht das jemand anderen? Ja, warum? Weg da, weg da! Treff auf deinen eigenen Berg, ja. Das ist super. Komm mal hier. Machen wir mal so, ne? Hast du zwar nicht verdient, aber... Also, verdient im Sinne von, äh, ne? Im positiven Sinne verdient, nicht im negativen Sinne. Weil so hat sie sich das verdient. Definitiv. Ach. Also nicht im positiven Sinne von erarbeitet, so meine ich das. Sondern dieses Bittere verdient. Wo sind die anderen Gefangenen? Ach, da unten. Ach. Ja, 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 komm her. Hier, ich helfe dir. Was? Ich wollte nicht Attentat. Ich wollte die befreien. Ich meine, das hätte ich auch machen können, aber... War jetzt nicht meine Intervention, ne? Ähm. Das war nicht das, was geplant war. Geplant war befreien, nicht töten. Dankeschön. Guck mal, dann kann ich gleich erstmal speichern. Okay. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Ja. Na ja. Gucken wir mal. Ah, da vorne ist Holz. Da vorne ist Holz. Ach, stimmt, das hatten wir ja schon. Huch. Wir haben ja vorhin schon mit dem Vogel rübergeguckt, wo wir da oben waren. Und ich nach dem Dings gesucht hab. In der Höhle des Pawn. Na komm. Einmal hier hoch. Dann nehmen wir den zuerst mit. Und dann den Schatz. Und dann gehen wir wieder. Oh. Ähm. Ja. Ich glaub, das ist ne kleine Planänderung. Ich bin ein Ding, der hier heute stirbt. Ja, ja. Ja, ja. Ich auch nicht. Hm. Ja, ja. Bezahl ich gleich. Das ist es wert. Das ist es wert. So. Wir können gleich eh, glaub ich, die Klippe... Ah ne, ist ja gar keine Klippe mehr. Huch. Da war ja was. Das war ja nur von der einen Seite ne Klippe. Aber wenn wir hier lang gehen, ist es ja keine Klippe. Da wir ja direkt runterlaufen. Äh, nicht direkt. Aber nicht. Ein bisschen ist es schwul. Ja, ist in Ordnung. Ich glaub, der wird von dem Vogel abgehalten. Oh, das ist doch noch ne Klippe. Doch, das ist doch noch ne Klippe. Okay. Ich hab nichts gesagt. Hui. Wieder schönes Kühle nass. Mal schön das Blut abwaschen. Ah, okay. Ihr eh singt schön, ne? Macht mal weiter. Moinsen. Ich bin nur hier, um zum Vogel da vorne zu kommen. Naja, nicht nur, aber... Größtenteils will ich da vorne hin. Den Rest kann ich ja danach machen. Nö. Uh, okay. Wo ist denn der da vorne? Dürfte ja nicht mehr weit sein. Ähm. Ach da. Ich hatte schon Befürchtungen. Aber da ist er. Hier ist der Aussichtspunkt. Komm, einmal bitte synchronisieren. Und dann haben wir das. Nö. Ja, okay. Sehr schön. Gefällt mir. Ähm... Was haben wir denn hier? Da war gar kein Fragezeichen. Auf dem ganzen Weg hierhin nicht. Okay, ich hab nichts gesagt. Okay. Cool. Dann... Haben wir ja nichts verpasst. Müssen wir ja nicht zurücklaufen. Ah. Ah. Können wir ja gleich, äh... Nö. Nö. Nö nicht. Ich hoffe es doch. Oh. Ja. Aber wenigstens wir sind hier drin alleine. Ist doch ein bisschen leiser hier. Ruft gefälligst keine Hilfe. Okay. Okay. Die oben. Okay. Maximale Kapazität. Äh... Einmal ins Inventar. Jetzt müssen wir mal wieder intervenieren. Was haben wir hier? Wir haben einen Helm des Kehres. Ah. Sieht ganz schön... Hübsch-hässlich aus. Haben wir keinen weiteren? Wahrscheinlich nicht. Haben wir eigentlich nicht mal endlich mal einen Helm, der, äh... Besser ausgerüstet ist? Hier. Der hier. Nur 30 mehr, aber... Nö. Ja. 30 mehr. Das zeigt doch schon, wie gut der andere war. Okay. Söldnergürtel, ne? Oh, hier. Der sieht aber gar nicht... Der sieht doch gar nicht so aus. Egal. Steht Söldnergürtel dran. Ähm... Hier. Okay. Schuhe. Silberstiefel. Hier unten haben wir auch welche. Sag mal. Achso. Ne, dann doch nicht. Bogen haben wir auch einen neuen. Oder zwei. Griechischer... Okay. Ja, gut. Das hat sich erledigt. Okay. Noch einer weg. Was haben wir hier noch? Auch nichts, äh... Was wir benutzen können, ne? Okay. Äh... Hier vielleicht? Moment. Moment. Achso, doch nicht. Ah, okay. Nichts Neues? Ich dachte, da wäre was Neues. Ach hier. Ein vergoldeter Stab. Ah, der andere ist erstens besser und lila und... Ne. Hier haben wir einen selbst... Selbstgemachten Speer. Den habe ich garantiert noch nicht in der Sammlung. Das müsste ich. So, hier haben wir auch noch was. Hier ist es nicht. Dann muss es hier sein. Ja. Hier ist es. Ähm... Wo soll denn der sein? Ach da. Nö, nö. Ich bin nicht hier. Ich bin nie hier gewesen. Du hast mich nie gesehen. Es tut mir leid, aber ich will die mitnehmen. Ich kann es mir nicht leisten, nicht da stehen zu lassen. So. Hier dürfen wir dann wieder sein. Äh... Und wir gehen in die Richtung. Ach, wir sind wieder hier. An so einem Theaterstück. Toll. Huch. Entschuldigung. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ich habe mich doch entschuldigt. Meine Güte. Das rennt ja auch in die Richtung. Ne. Okay. Da vorne sind wir dann auch gleich da. Noch 100 Meter. Müsste ja dann gleich hier sein, ne? Ich meine, ist ja meistens dann doch näher dran als gedacht. Ach da. Gut. Wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, was ich hier will. Nö. Ihr. Erstmal die hier. Ihr. Ich kann schon echt gemeinsam. So. Jetzt nur noch die Schätze und dann war es das. Hier geht es gar nicht rein. Entschuldigung. Hi. Nope. Hier geht es auch. Ich rein? Da oben vielleicht? Her da oben. Oh. Das war jetzt aber echt doof. Ja. Nein. Vielleicht. Was? Ja, nein. Kann ich. Aber. Ist nicht das Thema. Geht doch. Ja, das ist ja auch nicht das Schwierigste auf der Welt, ne? Ach, komm. Komm doch einmal hier hoch. Äh. Ach. Ja. Okay. Hier rein, ne? Ach, hier wäre ich auch reingekommen. Schwimm mal hier. Und auch ein bisschen. Dadurch lassen sie sich meistens auch ablenken. Äh. Falsche Richtung. Verdammt. Können wir auch gleich hier hin. Einmal umdrehen. Können wir nämlich gleich das mitnehmen. Nö. Nicht schwimmen an der Küste, damit ich nicht von Hain angegriffen werde. Also hier am Rand. Nö. Damit wir gleich aus dem Wasser können, falls hier doch was sein sollte. Dauert zwar ein bisschen länger, aber... Ich könnte ja auch an Land laufen. Nö. So denken sie, ich wäre ertrunken. Nein. Ich habe mich einfach aus den Augen verloren. Ich weiß aber. Ich... Ich, äh... Ich wollte gar nicht was anderes sagen, aber... Irgendwie... Äh... Ich schneide mir das zusammen. Ich wollte was anderes sagen, aber... Irgendwie fällt mir das gerade nicht ein. Was daran liegen könnte, dass ich schon wieder... Ja. Sehr lange aufnehme. Nö. Ach, komm schon. Dieses eine Wort. Vielleicht reime ich es mir ja zusammen. Nein, ich wollte was anderes sagen. Aber Reim kommt dem schon ganz nah. Reim kommt schon ganz... gut hin. Ah, okay. Würde ich aber mal sagen, ich beende den Part... an diesem Punkt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann können wir auch den Rest machen. Bis dann. Wir sehen uns dann. Bis dann zum... Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020